Ich bin Janine Wissler, ich bin 30 Jahre alt und wohne im Stadtteil Bockenheim. Ich bin Abgeordneter im Hessischen Landtag und Fraktionsvorsitzende der Linken und ich kandidiere zur Frankfurter Oberbürgermeisterwahl, weil ich mir eine andere Politik wünsche, eine Politik, die die Menschen in den Mittelpunkt stellt. Frankfurt braucht eine andere Politik. Die schwarz-grüne Stadtregierung setzt auf Privatisierung, macht Steuergeschenke an Unternehmen und hat keine Antwort auf die drängenden sozialen Probleme der Stadt. Wir wollen mehr soziale Gerechtigkeit durchsetzen. Der öffentliche Nahverkehr ist viel zu teuer. Deshalb wollen wir die Halbierung der Fahrpreise und die Einführung von Sozialtickets, damit Mobilität für alle bezahlbar ist. Die Mieten sind in Frankfurt so hoch wie in kaum einer anderen Stadt. Wir wollen mehr bezahlbaren Wohnraum für Familien, für Studierende, für Normalverdiener, statt immer weiter Bürotürme zu bauen. Fluglärm ist in Frankfurt ein wachsendes Problem. Deshalb fordern wir ein konsequentes Nachtflugverbot, die Stilllegung der neuen Landebahn und die Reduzierung von Flugbewegungen. Denn die Menschen in Frankfurt sind wichtiger als die Profite von Lufthansa und Fraport. Frankfurt ist eine weltoffene und tolerante Stadt. Frankfurt bietet Raum für 170 verschiedene Nationalitäten, aber Frankfurt hat keinen Platz für Nazis. Ich bitte Sie um Ihre Unterstützung bei der Wahl am 11. März. Gehen Sie wählen und setzen Sie ein Zeichen für mehr soziale Gerechtigkeit. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2020. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.